Ja, servus, grüßt euch alle meine Damen und Herren, ich bin der Sebastian Queck, der Vorstand der Oberpfälzer Schafweidevereinigung. Ja, ich selbst züchte Schafe und Ziegen mit sehr viel Herzblut, sehr viel Leidenschaft und ich betreibe aktiv Weidetierheilung. Weidetierheilung ist Argenvielfaltsicherung, Kulturlandschaften erhalten. Ja, das sind alles wichtige Bestandteile, die unsere Natur braucht. Jede möchte Landschaftspflege, jede möchte Weidetierheilung, jede möchte die Tiere draußen sehen, aber dann sollte man auch dafür was tun. Wir haben ein ernsthaftes Problem mittlerweile mit dem Wolf. Ich selbst starte in wenigen Tagen in die Weidesaison und ich habe absolut kein gutes Gefühl dabei, obwohl ich Elektrogeräte habe, obwohl ich Zäune besitze. Und die auch schon seit Jahren im Einsatz habe, mache ich mir ernsthafter Gedanken. Ich komme auch aus der Region Grafenböhr, aus der Nähe des Truppenübungsplatzes, wo eben schon in letzter Zeit öfters Übergriffe auf Schafherden passierten. Und ich muss einfach sagen, ich habe echt Angst davor, mir ist sehr mulmig und ich wünsche jedem Schafhalter, jedem Züchter wirklich ganz viel Glück, dass eben nichts passiert. Und bitte, es muss was gemacht werden, es muss reagiert werden, aber wenn es so weitergeht, dann werden wir bald keine Weidetierheilung mehr haben. Weil jeder möchte es und dafür sollte auch jeder einstehen. Ich bedanke mich. Tschüss. 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 Tschüss.